Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede gleich eines klarstellen. Also das Mikro ist an, aber es würde uns allen das Ganze sehr erleichtern, wenn alle, die ordnungsgemäß das Wort haben, dieses auch mit lauter und kräftiger Stimme ergreifen und alle anderen, die das Wort nicht haben, entsprechend leiser sind. Bitte sehr. Unsere Kritik an dieser Stelle richtet sich ausdrücklich nicht an die einzelnen Polizisten. Sie sind hier und waren am vergangenen Sonntag in Köln auch nur Leidtragende. Sie leiden, wie wir, unter dem Versagen Ihrer Führung oder eben unter einer politisch gewollten Sabotage des AfD-Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen. Sie leiden unter dem Kölner Polizeipräsidenten und Sie leiden unter Innenminister Reul. Ich habe leider nicht die Zeit, das Totalversagen der Kölner Polizeistrategie hier in allen hässlichen Details vorzutragen. Die aktuelle Stunde, die wir dazu beantragt haben, wurde ja leider abgelehnt. Unser Antrag stellt den Sachverhalt ja bereits einigermaßen umfassend dar. Ich will Ihnen stattdessen etwas vorlesen. Auch da geht es um Wahlkampf. Zitat. Herr Kollege Tritschler, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, bevor Sie das Zitat beginnen. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage vom Abgeordneten Braun. Sehr gerne. Bitte sehr. Wo ist er dann? Tja. Das ist ein technisches Versagen. Ist da jemand auf den Platz gedrückt? Dann hat irgendjemand sich dort eingedrückt. Dann ist das... Ja, dann löschen wir die Wortmeldung. Direkt wieder. Ich hoffe, diese ganzen Regieanweisungen gehen nicht von meiner Redezeit ab. Unser Antrag stellt den Sachverhalt ja einigermaßen umfassend dar. Ich zitiere. Im Einzelnen ist mit folgenden Aktionen zu rechnen. Schmierereien an Hauswänden, Mauern, Brücken und so weiter. Versuche, die Veranstaltung ausfallen zu lassen durch Verhinderung des Zugangs zu Veranstaltungsräumen, durch Blockieren der Zufahrtswege und Saaleingänge, tätliche Angriffe auf Veranstaltungsbesucher, verhindern, belästigen, beschimpfen, beleidigen und provozieren der Veranstaltungsbesucher, umfunktionieren und übernehmen der Veranstaltung für eigene Zwecke oder Abbruch erzwingen durch gewaltsames Eindringen in den Versammlungsraum, besetzen taktisch entscheidender Positionen im Versammlungsraum, Sprechchöre, Gesang, rhythmisches Klatschen, lautes Gelächter, provozierende Zwischenrufe, Lärmen unter Verwendung von Lärminstrumenten, das Werfen von Konfetti, Papierschlangen und anderen karnevalistischen Scherzartikeln, ständiges Hin- und Herlaufen während des Vortrags. Zitat Ende. Das, Herr Reul, ist nicht nur die Bedienungsanleitung für alles, was am Sonntag in Kalk unter den Augen Ihrer weitestgehend untätigen Polizei geschehen ist. Das ist aus einem Erlass des NRW-Innenministers vom 28. August 1969. Der Innenminister hieß Willi Weyer und war von der FDP. Im Land regierte er zusammen mit der SPD. Und von diesen Störungen war in erster Linie Ihre Partei betroffen, Herr Reul. Das war die CDU. Vielleicht erinnern Sie sich. Und weil der Minister Weyer im Gegensatz zu manchem seiner Nachfolger offenbar kein Versager war, hat er auch den Wahlkampf seiner politischen Wettbewerber schützen lassen. Ich zitiere weiter. Erstens. Wahlversammlungen dienen der Meinungsäußerung der Parteien und der Meinungsbildung der Wähler. Werden diese Wahlveranstaltungen in der Weise gestört, dass diese Ziele vereitelt werden, so liegen schwere Beeinträchtigungen der Grundrechte, der freien Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit und der Versammlungsfreiheit vor. Handlungen, die darauf abzielen, die Veranstaltung oder die Teilnahme an ihnen zu verhindern oder zu erschweren, sind rechtswidrig. Zweitens. Die Polizei hat die Veranstaltung zu schützen und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ihren störungsfreien und gesetzmäßigen Ablauf zu gewährleisten. Der Schutz ist gleichermaßen den Veranstaltungen aller nicht verbotener Parteien und Organisationen unbeschadet ihrer politischen Zielsetzung zu gewähren. Drittens. Eine Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit liegt insbesondere dann vor, wenn Versammlungsteilnehmern der freie und ungehinderte Zugang zum Versammlungsraum verwehrt wird oder wenn sie auf dem Weg dahin behindert oder gar tätlich angegriffen werden. Fünftens. Absperrungen zum Schutz der Versammlung sind der Örtlichkeit entsprechend möglichst weiträumig vorzunehmen. In der Absperrlinie sind gegebenenfalls mehrere Durchlassstellen einzurichten. Dadurch wird die Blockierung der Zugänge erschwert. Sechstens. Die Durchlassstellen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie auch freigehalten werden, Versuche, sie zu blockieren, sind zu unterbinden. Durch Polizeibeamte, gebildete Gassen, durch Menschenansammlungen sind so breit zu halten, dass die Besucher ungehindert passieren können. Es darf nicht der Eindruck eines Spießroutenlaufens entstehen. Elftens. Bei jedem Einsatz ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu prüfen. Die Beachtung des Grundsatzes rechtfertigt jedoch nicht, dass die Polizei bei groben Rechtsverletzungen und empfindlichen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung untätig bleibt. Zitat Ende. Herr Minister Reu, nichts davon, aber auch gar nichts hat die Kölner Polizei unter ihrer Verantwortung sichergestellt. Gar nichts. Unter ihrer Verantwortung fallen wir offenbar nicht nur hinter die Zustände von 1969 zurück, sondern gleich in die 20er und 30er Jahre. Sie sollten sich schämen. Und da leider meine Redezeit zu Ende ist, ich hätte noch einiges dazu zu sagen, lasse ich Ihnen der Erlass da. Da können Sie mal schauen, wie das Demokraten machen. Ja, genau. Danke schön.